Guten Morgen zusammen! Also, ich will keine Werbung machen, aber wir sind gerade angekommen hier am Weingut Weinstuben von Nell auf ihren eigenen Wohnmobilstellplatz und sind bis jetzt erstmal total begeistert. Es ist ein super Platz. Hier vorne gibt es einen Weinautomaten für mal eben schnell. Das Ganze ist wunderschön gelegen, wirklich mitten in den Weinbergen, wie ihr seht, wenn ich mich hier einmal so drehe. Und dort hinter sind diese alten Rinder, diese mit den langen Haaren und Longhorns heißen sie, glaube ich. Und wenn man hier mal schaut, das Ganze kostet 14 Euro Strom ganzjährig und 16 Euro mit Strom. Die Bettensteuer der Stadt Trier ist inbegriffen, Frischwasser- und Toilettenentsorgung ist inbegriffen. Zahlen muss man drüben im Weingut. Hier auch die Adresse einmal zusehen. Wie gesagt, unbezahlte Werbung, nicht, dass es irgendwie heißt, er macht hier Werbung für die oder so. Wir sind nur einfach gerade total begeistert von dem Platz. Also, das soll es auch mit diesem Video schon wieder gewesen sein. Macht's gut, euer Markus vom Weingut von Nell in Trier.